Dreifach-Mama Maite Kelly wünscht sich wohl, dass ihre Töchter nie erwachsen werden. Doch wie jede Mama weiß sie, auch ihre Kinder werden Flügge. Gefühlt war es erst gestern, als Maite Kelly, 44, gepackt vom Nestbautrieb winzige Strampler auf die Wäscheleine hing. Heute packen ihre geliebten Babys, ihre Mädchen, bald schon Umzugskisten. Maites Töchter werden Flügge. Keine leichte Zeit für die Sängerin. Mein Mutterherz stirbt, gesteht sie. Drastische Veränderungen für Mama Maite während ihrer zwölfjährigen Ehe bekam Maite Kelly mit ihrem Ex-Mann, dem französischen Model Florent Raymond, drei Kinder. Seit der Trennung ist Maite die Hauptverantwortliche, was deren Erziehung angeht. Drei Kinder und die eigene Karriere unter einen Hut zu bekommen, ist gar nicht so leicht. Doch Maite setzt ihre Prioritäten wie folgt. Zuerst kommen ihre Töchter, dann die Musik. Der Familie zuliebe ist die Künstlerin kürzer getreten. Und nun ist dort gerade alles im Umbruch. Jeder weiß, dass meine drei Mädchen an erster Stelle stehen, erklärt Maite. Meine größte Tochter Agnes ist 18 geworden, die studiert demnächst, die zieht aus, sagt sie mitgenommen. Tapfer lernt die blonde Sängerin, mit der Situation umzugehen. Ihre Strategie? Sie begleitet die neue Lebensphase mit extra viel Zeit und Fürsorge. Meine mittlere, Josefine, ist jetzt in der Oberstufe. Wir haben das zusammengewuppt. Und die kleine, Solène, geht jetzt aufs Gymnasium. Und dann wollte ich einfach zu 1000% in diesem großen Lebensabschnitt meiner Kinder da sein. Maite Kelly verwöhnt ihre Töchter alles andere müsse warten. Warten will Maite auch auf ihre Große, wenn die aus dem Nest geflogen ist. Ich werde noch besser kochen als je zuvor, damit sie immer wieder zurückkommt und ihr die Wäsche waschen. Ihre Töchter werden zwar flüge, aber bestimmt nie zu alt für Mamas wärmende Umarmungen oder ihren berühmten Irish Stew-Eintopf. Momente, in denen Maites Mutterherz wieder freudig schlagen kann.